Herzlich willkommen zu unserer ersten thematischen Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mal anschauen, was denn eigentlich alles in so einem Zellkern drin steckt, um zu schauen, welchen Einfluss eigentlich genetische Informationen auf unser Verhalten und unsere Wahrnehmung haben. Dazu schauen wir uns heute an die Grundlagen der Genetik, schauen uns nochmal an, wie ist eigentlich die DNA aufgebaut, was sind nochmal Chromosomen, wie funktioniert eigentlich Vererbung. Also das wird vielleicht für den einen oder anderen, für die einen oder andere ein Rückblick auf den Biologieunterricht sein, nochmal so diese männlichen Regeln, so diese ganzen Grundlagen nochmal aktivieren, um dann weiterzugehen in Themen, die für uns als Neurowissenschaftler, als Psychologen wichtig sind, nämlich Gentechnik, also Untersuchungsmethoden, Mutationen, was das uns eigentlich über unser Verhalten sagen kann, um dann am Ende einen Ausblick in das Zusammenspiel zwischen Genen und Verhalten zu bekommen, nämlich die sogenannte Epigenetik. Heute wollen wir uns also damit beschäftigen, was denn eigentlich in so einer Zelle drin los ist. Wir schauen uns also hier unseren Zellkern an und schauen uns an, was hier im Zellkern eigentlich los ist, nämlich hier die DNA und wie die Information aus dem Zellkern, die in der DNA kodiert ist, wie die aus dem Zellkern in die Zelle hinauskommt, um da weiterverwendet zu werden. Wenn wir uns genetische Informationen angucken, die Genetik anschauen, dann stellt sich für uns als Psychologen natürlich zunächst mal die Frage, warum brauchen wir das? Warum ist das wichtig für uns? Und eine ganz wichtige Frage dabei ist beispielsweise der Einfluss von genetischen Informationen, von der Genetik auf unser Verhalten, auf unsere Wahrnehmung und auf das Entstehen psychischer Erkrankungen. Ein ganz wichtiger Begriff dabei ist der Begriff der Konkordanz. Die Konkordanz, das ist die Korrelation im Auftreten eines Merkmals. Und wir können hier uns anschauen für beispielsweise unterschiedliche psychische Erkrankungen, wie hoch die Konkordanz ist zwischen unterschiedlichen Verwandtschaftskraften. Sie sehen hier in der Abbildung für unterschiedliche Erkrankungen, beispielsweise Schizophrenie oder affektive Erkrankungen oder auch Autismus, wie hoch hier die Konkordanz ist, also wie hoch die Korrelation im Auftreten dieser psychischen Erkrankung zwischen Monozygoten, also eineigen und diezygoten, also zweieigen Zwillingen ist. Sie sehen also hier, es gibt ganz bestimmte Erkrankungen, bei denen ist diese Konkordanz hoch. Da nimmt man also einen ganz starken genetischen Einfluss. Genauso können wir uns das eben auch eine andere Art und Weise anschauen. Wir können uns überlegen, wie groß ist das Risiko im Leben, an einer ganz bestimmten Krankheit zu erzeugen, gegeben einer ganz bestimmten Verwandtschaftsbeziehung. Und hier sehen wir am Beispiel von der Schizophrenie, dass diese Wahrscheinlichkeit, an einer Schizophrenie zu erkranken, ansteigt mit dem Verwandtschaftsgrad zu einem bereits an Schizophrenie erkrankten, zu einer bereits an Schizophrenie erkrankten Person. Also bei eineigen Zwillingen, die einen Großteil ihrer genetischen Informationen teilen, haben wir eine fast 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass, wenn einer der Zwillinge ein Schizophrenie erkrankt, auch der andere ein Schizophrenie erkrankt. Und dieser Anteil nimmt ab mit einer breiteren Verwandtschaftsbeziehung. Unsere Gene bestimmen also ganz viel unseres Verhaltens und unserer Wahrnehmung. Und die Frage ist jetzt, was machen eigentlich diese Gene tatsächlich? Wir bestehen, ganz banal gesagt, aus Proteinen. Proteine, das sind die Bausteine unseres Körpers und die Gene bestimmen jetzt den Bauplan dieser Proteine. Gene sind also der Bauplan für den Aufbau unseres Körpers, den Aufbau unserer Zellen. Sie steuern ganz viele Funktionen. Sie steuern beispielsweise Zellwachstum, Differenzierung. Diese Proteine steuern also auch Transport und Speicherung von Stoffen. Also im Grunde all das, was in einer Zelle vorgeht, wird gesteuert von Proteinen und den Bau und die Zusammensetzung von Proteinen, die wird wiederum gesteuert durch unsere Gene. Proteine. Was sind Proteine? Das sind im Grunde ganz banale, ganz grundlegende Ketten aus unterschiedlichen Aminosäuren. Wir haben 21 unterschiedliche Aminosäuren. Die müssen sie nicht alle kennen, die müssen sie nicht alle auswendig lernen. Ich werde immer wieder so auf so ein paar zurückkommen, die ganz zentral sind für uns. Aber eben diese Enzyme bestehen eben hier aus einer Aminogruppe, das ist hier mit R benannt, das ist hier eine Variable und einem Grundgerüst. Und dieses Grundgerüst ist eben relativ fix. Und diese Proteine, die bestehen also aus ganz vielen Aminosäuren, die sich dann zusammenschließen. Je nachdem, wie viele Aminosäuren sich hier zusammenschließen, spricht man entweder von Polypeptiden, das sind wenige kombinierte Aminosäuren oder eben Proteinen. Und Proteine, das sind so relativ lange Aminosäureketten. Und diese Aminosäureketten, diese Proteine, die haben eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur. Wir bauen also ganz viele von diesen Aminosäurebausteinen aneinander und das ergibt eine dreidimensionale Struktur. Und diese dreidimensionale Struktur, die definiert dann die Funktion dieser Proteine. Und da werden wir im Laufe der Vorlesung ganz viel drauf zu sprechen kommen, dass beispielsweise Ionenkanäle, also Kanäle in der Zelle durch die geladene Teilchen oder Neurotransmitter oder Neuromodulatoren transportiert werden. Das sind gefaltete, dreidimensional angeordnete Proteine. Proteine sind genauso Enzyme. Und diese Enzyme, die bewirken oder beschleunigen oder beeinflussen chemische Reaktionen im Inneren der Zelle und sind beteiligt an der Synthese oder Zerlegung von Molekülen. Auch da werden wir immer wieder drauf zu sprechen kommen, wenn wir beispielsweise uns über das Gedächtnis unterhalten. Da gibt es die Langzeitpotenzierung. Und bei dieser Langzeitpotenzierung, da sind eben katalytische Enzyme ganz stark daran beteiligt, weil die steuern, welche Rezeptoren in einer Zelle ein- oder ausgebaut werden und die damit unser Gedächtnis beeinflussen können. Proteine, ich hatte schon gesagt, die bestehen aus Aminosäuren. Bei diesen Aminosäuren, da haben wir immer ein Grundgerüst und dann eine variable Aminogruppe hier dabei. Und das können wir, diese Aminosäuren, die können wir in ganz, ganz unterschiedliche Klassen einteilen. Wie gesagt, das müssen Sie nicht wissen. Das können Sie auch einfach selber bei Wikipedia nachlesen. Das müssen Sie aber auch für die Klausuren nicht mehr. Schauen wir uns aber mal an, was eigentlich diese Proteine tatsächlich machen. Proteine, ich hatte es schon gesagt, sind eben Ketten von Aminosäuren, die dann eine ganz bestimmte Struktur haben, die sich also in eine ganz bestimmte Struktur anordnen. Und wir können auch mehrere von diesen Proteinen dann kombinieren. Beispielsweise können wir vier von diesen Proteinen ringförmig anordnen und dann haben wir eben einen solchen Ionenkanal in einer Zellmembran. Dabei unterscheiden wir unterschiedliche Strukturen eines solchen Proteins. Die erste Struktur, die wir unterscheiden, ist die sogenannte Primärstruktur. Die Primärstruktur, das ist die Abfolge von Aminosäuren im Polypeptid. Das wird eben definiert durch den genetischen Kuchen. Die Sekundärstruktur ist die Struktur, die dieses Peptid annimmt, in einer aufgedrehten, in einer Helixformation. Also das Aufdrehen, wie wir sich an eine Feder, an so eine Sprungfeder denken, das Aufdrehen von dieser Aminosäurekette in so eine kompakte Struktur. Die Tertiärstruktur wiederum ist dann das Falten von dieser Sekundärstruktur. Also wenn wir einmal diese Helix gebildet haben, dann können wir die auch noch falten in die Tertiärstruktur. Und dann haben wir schlussendlich die Quartierstruktur. Das ist dann der Zusammenschluss von mehreren Proteinen in eine funktionelle Reihe. Gesteuert wird dieser Aufbau eines Proteins und die Abfolge der einzelnen Aminosäuren durch unsere DNA. Die DNA kodiert, in welcher Reihenfolge welche Aminosäuren zusammengebaut werden. Unsere DNA besteht aus drei Anteilen. Das ist ein Zuckerphosphat und eine Base, die sich zu einem sogenannten Nukleotid zusammenfasst. Ein Nukleotid ist also hier ein einzelner Baustein der DNA. Wir haben hier vier unterschiedliche Nukleotide, die sich dann eben zu einem großen DNA-Strang zusammenfügen können. Dabei kodieren immer drei von diesen Nukleotiden zusammen Informationen, also ein sogenanntes Kodon. Und wir haben da unterschiedliche Teile oder unterschiedliche Arten von diesem Kodon. Wir haben Exons, das sind die tatsächlich informationskodierenden Anteile der DNA. Und wir haben Introne, das sind die nicht-informationkodierenden Anteile der DNA, die beispielsweise den Anfang oder das Ende des DNA-Strangs definieren. Dieser DNA-Strang, der besteht aus zwei Reihen von diesen Nukleotiden. Dabei gibt es immer ganz bestimmte Bindungen zwischen beispielsweise Zytosin und Guanin oder Thymin und Adenin. Das sind eben die Nukleotide, die hier zusammen eine Bindung eingehen. Das heißt, wir haben hier an beiden Strängen im Grunde eine komplementäre Information. Und diese beiden Stränge wiederum sind in einer Doppelhelix angerorben. Das heißt, wir haben hier einmal dieses Zuckerphosphatgerüst, an der dann eben diese Basen sitzen. Und diese Basen bilden paarige Verbindungen. Und diese paarigen Verbindungen, das ist dann eben die Abfolge tatsächlich der Information. Und so liegt eben die Information im Inneren des Zellkerns vor. Die ist verpackt in diesem DNA-Strang. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir eigentlich die Information aus dem Zellinneren, die in diesem DNA-Strang kodiert ist, aus der Zelle herausbekommen, um sie dann verwenden zu können. Das ist das Stichwort Genexpression. Die Genexpression bedeutet, das Auslesen der Information, die in der DNA kodiert ist, um sie dann auszudrücken als Information. Also Expression, das Ausdrücken der Information. Dazu muss diese DNA, muss dieser Doppelhelix-DNA-Strang aufgetrennt werden. Der erste Schritt in der Genexpression ist also die Aktivierung eines Transkriptionsfaktors, also die Aktivierung der, also die Öffnung der DNA. Wenn diese DNA dann transkribierbar ist, wird sie aufgetrennt in die beiden Stränge und dann wird entlang dieser aufgetrennten DNA-Stränge die sogenannte Ribonukleinsäure, die RNA, synthetisiert. Diese RNA kopiert dann die Information an diesem DNA-Strang, transkribiert die hier also und dann wird diese RNA, diese sogenannte Messenger-RNA, mRNA abgekürzt, aus dem Zellkern in das Zellinnere, also in den Zellraum transportiert. Also die wandert also hier durch die Zellkernporen aus dem Zellkern in das Zellinnere. Und hier wird jetzt die Information von der mRNA in die tRNA, die Transkriptions-RNA übersetzt und in den sogenannten Ribosomen, das sind Nukleotide, also kleine Organellen im Zellinneren. Hier werden diese entlang dieser tRNA dann Aminosäuren synthetisiert, Aminosäuren zusammengebaut. Also hier werden hier entlang dieses Bauplans, der in der tRNA kodiert wird, dann tatsächlich die Aminosäuren zu Proteinen geformt. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Also im Zellkern haben wir unsere genetische Information in der DNA-Kodil. Diese DNA wird dann aufgetrennt und die RNA wird entlang dieses DNA-Strangs synthetisiert, in die sogenannte Messenger-RNA übersetzt. Und diese Messenger-RNA wandert dann in das Zelläußere, um dann die Information in die Transkriptions-RNA, die tRNA umzusetzen, um dann in den Ribosomen die Information wirklich zu Aminosäuren umzubauen. Dieser DNA-Strang, der enthält ganz viel Information, die nicht wirklich relevant sind. Es werden also nur ganz bestimmte Teile von diesem DNA-Strang ausgelesen, eben nur die Information, die in den Exonen steht, also sprich dieser ganz große DNA-Strang, der wird nur ganz bestimmte Teile tatsächlich übersetzt. Und dann im Weg von RNA zu mRNA werden nochmal Informationen reduziert, werden also hier nochmal Bereiche neu kombiniert, also gespliced, also zusammengefügt, dass wirklich hier nur die ganz relevante Information hier transportiert wird. Und wir werden am Ende dieser Vorlesung mal schauen, wie wir eigentlich definieren können, welche Teile hier relevant sind, und wie definiert wird, welche Information hier tatsächlich ausgelesen werden soll. Das ist nämlich eine Fragestellung, mit der sich die Epigenetik beschäftigt. Unsere DNA, unsere genetische Information, die liegt in unseren Zellen in Form von Chromosomen. Chromosomen, das sind diese 23 Chromosomenpaare, diese paarig angeordneten Informationen, die aus 22 Autosomen in einem Chromosomen, das sind die XX und XY-Chromosomenpaare, bestehen. Diese DNA ist also aufgedreht in so eine Doppelhelix, und diese Doppelhelix wiederum, die ist aufgedreht um sogenannte Histonproteine. Diese Histonproteine, das sind Strukturproteine, die dieser DNA eine sichere, eine stabile Form geben. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen wie so ein Gartenschlauch, der auf so eine Rolle aufgedreht wird. Genauso wird eben dieser DNA-Faden um diese Histone drumherum gewinnt. Diese Histone wiederum, die bilden dann, also diese Kette von DNA und Histonen wiederum, bildet dann eine Kette, die sich wiederum in eine dreidimensionale Struktur angeordnet ist, das sogenannte Eukromatin. Das ist dann eben zusammengefasst zu einer ganz, ganz kleinen, also 30 Nanometer großen Faser, das sogenannte Heterochromatin. So liegt eigentlich die genetische Information normalerweise in der Zelle vor. Das ist ein DNA-Faden, der in eine ganz bestimmte Struktur verpackt ist und erst mal vorliegt. Das ist ein ganz, ganz langer Faden. Und zu ganz bestimmten Phasen im Leben einer Zelle, in den Entwicklungsstufen einer Zelle, wird dieser Chromosom-Phasen-Faden dann in eine weitere Struktur verpackt, nämlich in die sogenannten Chromosomen. Und das passiert in der Interphase und der Metaphase der Zellteilung der Mitose. Da kommen wir gleich dazu. Hier nochmal diese Abbildung von unseren 23 Chromosomenpaaren. Das haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, wo wir eben diese paarig angeordneten Chromosomen haben. und ganz bestimmte Abschnitte auf so einem Chromosom dann für eine ganz bestimmte Information kodieren. Also in diesem Chromosom sind eben aufgedreht dieser DNA-Faden. Ganz bestimmte Abschnitte von diesem DNA-Faden kodieren eben für ein ganz bestimmtes Merken. Jetzt teilen wir unsere Zellen. Also unsere Zellen im Körper teilen sich ständig. Und hier ist der erste Prozess, den wir hier kennenlernen, den Sie wahrscheinlich auch schon kennen, die sogenannte Mythose. Die Mythose, das ist die Zellteilung in tierischen Zellen, die eigentlich der Standardweg ist, wie wir Informationen hier aufteilen. Ich hatte es schon gesagt, im Grundzustand in der Zelle liegt unsere DNA-Information in einem großen Faden vor. In der ersten Phase, in der Interphase dieser Mythose, wird diese Information erst mal kopiert. Da wird diese DNA-Information repliziert, haben wir also dann in dieser Interphase die doppelte Information in der Zelle fern. Im zweiten Schritt, in der Prophase, da bilden sich dann Strukturen, so ganz, ganz feine Proteinfäden im Inneren des Zellkerns. Und diese Proteinfäden, die binden dann an diese Chromosomen. Im nächsten Schritt löst sich diese Zellkernmembran auf, also diese Hülle um den Zellkern, die löst sich auf. Und hier diese Proteinfäden, die können jetzt diese Chromosomen auseinanderziehen. Wir haben es in der Metaphase, da binden jetzt also diese Mikrotubuli, das sind eben diese Proteinfäden, die binden jetzt an die Chromosomen und ziehen in der Anaphase diese Chromosomen auseinander. Damit wird also die Information in die unterschiedlichen Bereiche von so einer Zelle getragen. Und dann teilt sich die Zellmembran in der Mitte. Und dann sind wir zu guter Letzt in der sogenannten Telophase. Da bildet sich die Kernmembran neu, bildet sich also hier, da teilt sich diese Zelle in jetzt wieder zwei diploide Zellen. Das ganze Prozess erfolgt durch Untersteuerung von Zyklinen und zyklinabhängigen Kinasen. Und diese Kinasen wiederum, das sind genau solche Aminosäureketten, also sind Proteine, die hier so diesen Ablauf von dieser Steuerung, von dieser Teilung steuern. Es gibt in diesem Prozess, in diesen Schritten der Mitose, gibt es ganz, ganz viele Checkpoints, ganz, ganz viele Schritte, an denen diese Zellteilung auch abgebrochen werden kann. Also wenn irgendwas schief geht in dieser Zellteilung, dann kann es zu einer Apoptose, also zu einem gesteuerten Zelltod kommen, bei der eben dann diese Information, dieses Teilen dieser Zelle abgebrochen wird. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir diese Methose tatsächlich visualisieren können. Das ist ein Beispiel der Drosophila-Fliege. Drosophila ist die Fruchtfliege, wo man eben hier an diesen Zellen von der Drosophila-Fliege tatsächlich unter dem Mikroskop sehen kann, wie hier diese Informationen auseinandergezogen werden. Wie hier diese Zellen tatsächlich geteilt werden. Der zweite Prozess, der eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die sogenannte Mejose. Die Mejose, das ist die zweiphasische Zellteilung bei Keimzellen. Hier haben wir zwei Phasen, die Mejose 1 und die Mejose 2, wobei die Mejose 1 eigentlich das Wichtigere ist. In den Keimzellen, da haben wir eben homologe Chromosome und die werden hier jetzt zuerst mal verdoppelt und dann rekombiniert. Im sogenannten Crossing-Over. Also hier wird die Information, die hier vorhanden ist, wird verdoppelt und dann wird die neu kombiniert. Und dann wird diese Information in der sogenannten Reduktionsteilung in zwei Tochterzellen kombiniert. Das Interessante dabei ist, dass diese Tochterzellen jetzt nicht mehr die gleiche Information enthalten wie die Ursprungszelle. Es kam hier also zu so einer Rekombination, zu einer Neukombination von Informationen. Die zweite Phase der Mejose ist dann im Grunde ganz ähnlich zur Mitose. Hier werden also diese Tochterzellen geteilt in wiederum haploide Zellen. Ganz wichtig aber eben hier mit nicht identischen Chromatiden. Also hier entstehen quasi dann neue Kombinationen von Tochterzellen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess hier. Diese Mejose und diese Rekombination von Informationen, die beispielsweise für unsere Vererbung von ganz bestimmten Merkmalen eine Rolle spielt. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Fassen wir also diesen ersten Teil der Vorlesung zusammen. Unser Körper, unsere Zellen, alles was in unseren Zellen passiert, basiert auf Proteinen. Diese Proteine, die steuern all das, was in unseren Zellen vor sich liegt. Der Bauplan für diese Proteine, das sind unsere Gene. Das ist diese DNA-Information. Also der genetische Code, der Bauplan für unsere Proteine, der ist angelegt in der DNA. In dieser Doppelhelix von der DNA. Diese DNA definiert also die Funktion und Struktur. Also die DNA wird definiert durch die Funktion und Struktur der Chromosomen. Und diese Chromosomen, die werden wiederum geteilt und rekombiniert in der Mejose und Mitose.